Seitdem läuft auch die sogenannte Wohlverhaltensphase, die insgesamt bis zu sechs Jahre dauern kann. In dieser Zeit muss Stahnke den pfändbaren Teil ihres Einkommens an einen Insolvenzverwalter abführen. Die genaue Höhe ihrer Schulden ist nicht bekannt. Allerdings musste Stahnke nach ihrem Ausstieg bei der Tagesschau zahlreiche berufliche Rückschläge hinnehmen. Die Diplombetriebswirtin kam 1992 zu Deutschlands bekanntester Nachrichtensendung. Sieben Jahre später stieg sie aus. Sie fühle sich wie ein Hamster im Laufrad durch den ständigen Schichtdienst, stehe kurz vorm Burnout, sagte sie der BILD-Anführungszeichen damals. Die Moderatorin träumte von einer Hollywood-Karriere und sorgte bereits während ihrer Tagesschauzeit 1998 mit einem erotischen Fotos-Hoting im Stil von Schauspiel-Ikone Marlene Dietrich für Aufsehen. Doch ein VORVERTRAG, den sie 1999 nach eigenen Angaben für eine Rolle im Film TPUPULIST-Anführungszeichen abgeschlossen hatte, blieb unerfüllt. In P-Seite your card is the ad-Anführungszeichen durfte sie 2002 gerade mal vier Sätze sprechen. Der Film schaffte es nie ins Kino. Zwischendurch versuchte sie sich wieder als Nachrichtensprecherin im SAT1-Format NEWSMAKER, das sich allerdings als Quotenflop herausstellte. 2002 ließ sich Stanke von einer TV-Kamera bei einer Darmspiegelung begleiten, wofür sie einen Preis der Felix Burda Stiftung bekam. Die Stiftung setzt sich für Darmkrebsvorsorge ein. 2003 zog sie sich für den Playboy aus, und ging ein Jahr später ins Dschungelcamp. Seit 2007 moderiert sie beim Sender H-A-M-B-U-R-G-1 das T-I-S-C-H-G-E-S-P-R-E-C-H. Die Sendung wird von ihrem Mann Thomas Gericke produziert, und lief zwischenzeitlich auch bei TV.Berlin, wurde dort aber mittlerweile wieder abgesetzt. Zur Insolvenz der Moderatorin hat sich ihr Managent bislang noch nicht geäußert.